Vorlesernett Klassiker der Weltliteratur Nun erzählte sie ausführlich, wie sie zu dem Schmuck gekommen. Kardiak hörte alles schweigend mit niedergeschlagenen Augen an. Nur mitunter stieß er ein unvernehmliches und warf bald die Hände auf den Rücken, bald streichelte er leise Kinn und Wange. Als nun die Sküderige endet, war es, als kämpfe Kardiak mit ganz besonderen Gedanken, die währenddessen ihm gekommen, und als wolle irgendein Entschluss sich nicht fügen und fördern. Er rieb sich die Stirne, er seufzte, er fuhr mit der Hand über die Augen, wohl gar um hervorbrechende Tränen zu steuern. Endlich ergriff er das Kästchen, das ihm die Sküderie darbot, ließ sich auf ein Knie langsam nieder und sprach, »Euch, edles, würdiges Fräulein, hat das Verhängnis diesen Schmuck bestimmt. Ja, nun weiß ich es erst, dass ich während der Arbeit an euch dachte, ja, für euch arbeitete. Verschmäht es nicht, diesen Schmuck als das Beste, was ich wohl seit langer Zeit gemacht, von mir anzunehmen und zu tragen?« »Ei, ei«, erwiderte die Sküderie, anmutig, scherzend, »wo denkt ihr hin, Meister René? Steht es mir denn an, in meinen Jahren mich noch so herauszuputzen, mit blanken Steinen? Und wie kömmt ihr denn dazu, mich so überreich zu beschenken?« »Geht, geht, Meister René, wär ich so schön wie die Marquise de Fontange und reich. In der Tat, ich ließe den Schmuck nicht aus den Händen. Aber was soll diesen welken Armen die eitle Pracht? Was soll diesem verhüllten Hals der glänzende Putz?« Kariak hatte sich indessen erhoben und sprach, wie außer sich, mit verwildertem Blick, indem er fortwährend das Kästchen der Sküderie hinhielt, »Tut mir die Barmherzigkeit, Fräulein, und nehmt den Schmuck. Ihr glaubt es nicht, welche tiefe Verehrung ich für eure Tugend, für eure hohe Verdienste im Herzen trage. Nehmt doch mein geringes Geschenk nur für das Bestreben an, euch recht, meine innerste Gesinnung zu beweisen.« Als nun die Sküderie immer noch zögerte, nahm die Mäntnons das Kästchen aus Kariaks Händen, sprechend. »Nun beim Himmel, Fräulein, immer redet ihr von euren hohen Jahren. Was haben wir, ich und ihr mit den Jahren zu schaffen und ihrer Last? Und tut ihr denn nicht eben wie ein junges, verschämtes Ding, das gern zulangen möchte, nach der dargebotenen süßen Frucht? Könnte das nur geschehen ohne Hand und ohne Finger? Schlagt dem Wackernmeister René nicht ab, das freiwillig als Geschenk zu empfangen, was tausend andere nicht erhalten können, alles Goldes, alles Bittens und Flehens unerachtet.« Demäntnons hatte der Sküderie das Kästchen währenddessen aufgedrungen. Und nun stürzte Kariak wieder auf die Knie, küßte der Sküderie den Rock, die Hände, stöhnte, seufzte, weinte, schluchzte, sprang auf, rannte wie unsinnig, Sessel und Tische umstürzend, das Porzellangläser zusammenklirrten in toller Hast von Dannen. Ganz erschrocken rief die Sküderie, »Um allerheiligen Willen, was widerfährt die Menschen?« Doch die Marquise, in besonderer, heiterer Laune bis zu sonst ihr ganz fremden Mutwillen, schlug eine helle Lache auf und sprach, »Da haben wir's, Fräulein, Meister René ist in euch sterblich verliebt und beginnt nach richtigem Brauch und bewährter Sitte echter Galanterie euer Herz zu bestürmen mit reichen Geschenken.« Demäntnons führte diesen Scherz weiter aus, indem sie die Sküderie ermahnte, nicht zu grausam zu sein gegen den verzweifelten Liebhaber, und diese wurde, raumgebend angeborener Laune, hingerissen in den sprudelnden Strom tausend lustiger Einfälle. Sie meinte, dass sie, stünden die Sachen nun einmal so, endlich besiegt, wohl nicht werde umhin können, der Welt das unerhörte Beispiel einer 73-jährigen Goldschmiedsbraut von untadeligem Adel aufzustellen. Demäntnons erbot sich, die Brautkrone zu flechten und sie über die Pflichten einer guten Hausfrau zu belehren, wovon freilich so ein kleiner Kick in die Welt von Mädchen nicht viel wissen könne. Da nun endlich die Sküderie aufstand, um die Marquise zu verlassen, wurde sie, alles lachenden Scherzes ungeachtet, doch wieder sehr ernst, als ihr das Schmuckkästchen zur Hand kam. Sie sprach. Doch, Frau Marquise, werde ich mich dieses Schmuckes niemals bedienen können. Er ist, mag es sich nun zugetragen haben, wie es will, einmal in den Händen jener höllischen Gesellen gewesen, die mit der Frechheit des Teufels ja wohl gar in verdammtem Bündnis mit ihm rauben und morden. Mir graust vor dem Blute, das an dem funkelnden Geschmeide zu kleben scheint. Und nun hat selbst Kardiax betragen, ich muss es gestehen, für mich etwas sonderbar Ängstliches und Unheimliches. Nicht erwehren kann ich mir einer dunklen Ahnung, dass hinter diesem allem irgendein grauenvolles, entsetzliches Geheimnis verborgen. Und bringe ich mir die ganze Sache recht deutlich vor Augen, mit jedem Umstande, so kann ich doch wieder gar nicht auch nur ahnen, worin das Geheimnis bestehe. Und wie überhaupt der erdliche, wackere Meister René, das Vorbild eines guten, frommen Bürgers, mit irgendetwas Bösem, Verdammlichem zu tun haben soll. So viel ist aber gewiss, dass ich niemals mich unterstehen werde, den Schmuck anzulegen. Die Marquise meinte, das hieße die Skrupel zu weit treiben. Als nun aber die Sküderie sie auf ihr Gewissen fragte, was sie in ihrer, der Sküderie-Lage wohl tun würde, antwortete sie ernst und fest, weit eher den Schmuck in die Sänen werfen, als ihn jemals tragen. Den Auftritt mit dem Meister René brachte die Sküderie in gar anmutige Verse, die sie den folgenden Abend in den Gemächern der Mendenant dem Könige vorlas. Wohl mag es sein, dass sie auf Kostenmeister Renés, alle Schauer unheimlicher Ahnung besiegend, das ergötzliche Bild der 73-jährigen Goldschmiedsbraut von uraltem Adel mit lebendigen Farben darzustellen gewusst. Genug, der König lachte bis ins Innerste hinein und schwor, dass Boileau des Prö seinen Meister gefunden, weshalb der Sküderie-Gedicht für das Witzigste galt, das jemals geschrieben. Mehrere Monate waren vergangen, als der Zufall es wollte, dass die Sküderie in der Glaskutsche der Herzogin von Montancier über den Pont Neuf fuhr. Noch war die Erfindung der zierlichen Glaskutschen so neu, dass das neugierige Volk sich zudrängte, wenn ein Fuhrwerk derart auf den Straßen erschien. So kam es denn auch, dass der gaffende Pöbel auf dem Pont Neuf die Kutsche der Montancier umringte, beinahe den Schritt der Pferde hemmend. Da vernahm die Sküderie plötzlich ein Geschimpfe und Gefluche und gewahrte, wie ein Mensch mit Faustschlägen und Rippenstößen sich Platz machte durch die dickste Masse. Und wie er näher kam, trafen sie die durchbohrenden Blicke eines todbleichen, gramverstörten Jünglingsantlitzes. Unverwandt schaute der junge Mensch sie an, während er mit Ellbogen und Fäusten rüstig vor sich wegarbeitete, bis er an den Schlag des Wagens kam, den er mit stürmender Hastigkeit aufriss, der Sküderie einen Zettel in den Schoß warf und, Stöße, Faustschläge austeilend und empfangend, verschwand, wie er gekommen. Mit einem Schrei des Entsetzens war, so wie der Mensch am Kutschenschlage erschien, die Martinier, die sich bei der Sküderie befand, entseelt in die Wagenkissen zurückgesunken. Vergebens riss die Sküderie an der Schnur, rief dem Kutscher zu, der, wie vom bösen Geiste getrieben, peitschte auf die Pferde los, die, den Schaum vor den Mäulern wegspritzend um sich schlugen, sich bäumten, endlich in scharfem Trab fortdonnerten über die Brücke. Die Sküderie goss ihr Riechfläschchen über die ohnmächtige Frau aus, die endlich die Augen aufschlug und, zitternd und bebend, sich krampfhaft festklammernd an die Herrschaft, Angst und Entsetzen im bleichen Antlitz, mühsam stöhnte, um der heiligen Jungfrau Willen, »Was wollte der fürchterliche Mensch? Ach, er war es ja, er war es, derselbe, der euch in jener Schauer vor der Nacht das Kästchen brachte.« Die Sküderie beruhigte die Arme, indem sie ihr vorstellte, dass ja durchaus nichts Böses geschehen und dass es nur darauf ankomme, zu wissen, was der Zettel enthalte. Sie schlug das Blättchen auseinander und fand die Worte. Ein böses Verhängnis, das ihr abwenden könntet, stößt mich in den Abgrund. Ich beschwöre euch, wie der Sohn die Mutter, von der er nicht lassen kann, in der vollsten glutkindlicher Liebe, den Halsschmuck und die Armbänder, die ihr durch mich erhieltet, unter irgendeinem Vorwand, um irgendetwas daran bessern, ändern zu lassen, zum Meister René Cardiac zu schaffen. Euer Wohl, euer Leben hängt davon ab. Tut ihr es nicht bis übermorgen? So dringe ich in eure Wohnung und ermorde mich vor euren Augen. Nun ist es gewiss, sprach die Sküderie, als sie dies gelesen, dass, mag der geheimnisvolle Mensch auch wirklich zu der Bande verruchter Diebe und Mörder gehören, er doch gegen mich nichts Böses im Schilde führt. Wäre es ihm gelungen, mich in jener Nacht zu sprechen, wer weiß, welches sonderbare Ereignis, welch dunkles Verhältnis der Dinge mir klar geworden, von dem ich jetzt auch nur die leiseste Ahnung vergebens in meiner Seele suche. Mag aber auch die Sache sich nun verhalten, wie sie will, das, was mir in diesem Blatt geboten wird, werde ich tun. Und geschehe es auch nur, um den unseligen Schmuck loszuwerden, der mir ein höllischer Talisman des Bösen selbst düngt. Cardiac wird ihn doch wohl nun, seiner alten Sitte getreu, nicht so leicht wieder aus den Händen geben wollen. Schon anderen Tages gedachte die Sküderie, sich mit dem Schmuck zu dem Goldschmied zu begeben. Doch war es, als hätten alle schönen Geister von ganz Paris sich verabredet, gerade an dem Morgen das Fräulein mit Versen, Schauspielen, Anekdoten zu bestürmen. Kaum hatte La Chapelle die Szene eines Trauerspiels geendet und schlau versichert, dass er nun wohl Racine zu schlagen gedenke, als dieser selbst eintrat und ihn mit irgendeines Königs pathetischer Rede zu Boden schlug, bis Boileau seine Leuchtkugeln in den schwarzen, tragischen Himmel steigen ließ, um nur nicht ewig von der Kolonnade des Louvre schwatzen zu hören, in die ihn der architektonische Doktor Perrault hineingeengt. Hoher Mittag war geworden. Die Sküderie musste zur Herzogin Montancier und so blieb der Besuch bei Meister René Cardiac bis zum anderen Morgen verschoben. Die Sküderie fühlte sich von einer besonderen Unruhe gepeinigt. Beständig vor Augen stand ihr der Jüngling und aus dem tiefsten Innern wollte sich eine dunkle Erinnerung aufregen, als habe sie dies Antlitz, diese Züge schon gesehen. Den leisesten Schlummer störten ängstliche Träume. Es war ihr, als habe sie leichtsinnig, ja, strafwürdig versäumt, die Hand hilfreich zu erfassen, die der Unglückliche in den Abgrund versinkend nach ihr emporgestreckt. Ja, als sei es an ihr gewesen, irgendeinem verderblichen Ereignis, einem heillosen Verbrechen, zu steuern. So wie es nur hoher Morgen ließ es sich ankleiden und fuhr mit dem Schmuckkästchen versehen zu dem Goldschmied hin. Nach der Straße Niquès, dorthin, wo Cardiac wohnte, strömte das Volk, sammelte sich vor der Haustüre, schrie, lärmte, tobte, wollte stürmend hinein, mit Mühe abgehalten von der Marche-chaussee, die das Haus umstellt. Im wilden, verwirrten Getöse riefen zornige Stimmen »Zerreißt, zermalmt den verfluchten Mörder!« Endlich erschien Degrès mit zahlreicher Mannschaft, die bildet durch den dicksten Haufe eine Gasse. Die Haustüre springt auf, ein Mensch, mit Ketten belastet, wird hinausgebracht und unter den gräulichsten Verwünschungen des wütenden Pöbels fortgeschleppt. In dem Augenblick, als die Sküderie, halb entseelt vor Schreck und furchtbarer Ahnung, dies gewahrt, dringt ein gellendes Jammergeschrei ihr in die Ohren. »Vor! Weiter vor!« ruft sie ganz außer sich dem Kutscher zu, der mit einer geschickten raschen Wendung den dicken Haufen auseinanderstäubt und dicht vor Kardiaks Haustüre hält. Da sieht die Sküderie Degrès und zu seinen Füßen ein junges Mädchen, schön wie der Tag, mit aufgelösten Haaren, halb entkleidet, wilde Angst, trostlose Verzweiflung im Antlitz. Die hält seine Knie umschlungen und ruft mit dem Ton des entsetzlichsten, schneidensten Todesschmerzes. »Er ist ja unschuldig! Er ist unschuldig!« Vergebens sind Degrès, vergebens seiner Leute Bemühungen, sie loszureißen, sie vom Boden aufzurichten. Ein starker, ungeschlachter Kerl ergreift endlich mit plumpen Fäusten die Arme, zarrt sie mit Gewalt weg von Degrès, strauchelt ungeschickt, lässt das Mädchen fahren, die hinabschlägt, die Steinen in Stufen und lautlos tot auf der Straße liegen bleibt. Länger kann die Sküderie sich nicht halten. »In Christus' Namen! Was ist geschehen? Was geht hier vor?« ruft sie, öffnet rasch den Schlag, steigt aus. Ehrerbittig weicht das Volk der würdigen Dame, die, als sie sieht, wie ein paar mitleidige Weiber das Mädchen aufgehoben, auf die Stufen gesetzt haben, ihr die Stirne mit starkem Wasser reiben, sich dem Degrès nähert und mit Heftigkeit ihre Frage wiederholt. »Es ist das entsetzliche Geschehen,« spricht Degrès. René Cardiac wurde heute Morgen durch einen Dolchstich ermordet gefunden. Sein Geselle, Olivier Brusson, ist der Mörder. Eben wurde er fortgeführt ins Gefängnis. »Und das Mädchen?« ruft die Sküderie. »Ist«,« fällt Degrès ein, »ist Madeleine, Cardiacs Tochter.« »Der verruchte Mensch war ihr Geliebter.« »Nun weint und heult sie und schreit einmal übers andere, dass Olivier unschuldig sei, ganz unschuldig. Am Ende weiß sie von der Tat und ich muss sie auch nach der Conciergerie bringen lassen.« Degrès warf, als er dies sprach, einen tückischen, schadenfrohen Blick auf das Mädchen, vor dem die Sküderie erbebte. Eben begann das Mädchen leise zu atmen. Doch keines Lauts, keine Bewegung mächtig, mit geschlossenen Augen lag sie da und man wusste nicht, was zu tun, sie ins Haus bringen oder ihr noch länger beistehen bis zum Erwachen. Tief bewegt, Tränen in den Augen, blickte die Sküderie den unschuldsvollen Engel an. Ihr graute vor Degrès und seinen Gesellen. Da polterte es dumpf die Treppe herab. Man brachte Kardiax Leichnam. Schnell entschlossen rief die Sküderie laut, »Ich nehme das Mädchen mit mir. Ihr möget für das übrige sorgen, die Grä.« Ein dumpfes Murmeln des Beifalls lief durch das Volk. Die Weiber hoben das Mädchen in die Höhe, alles drängte sich hinzu, hundert Hände mühten sich, ihnen beizustehen, und wie in den Lüften schwebend wurde das Mädchen in die Kutsche getragen, indem Segnungen der würdigen Dame, die die Unschuld dem Blutgericht entrissen, von allen Lippen strömten. Serons des berühmtesten Arztes in Paris' Bemühungen gelang es endlich, Madeleine, die stundenlang in starrer Bewusstlosigkeit gelegen, wieder zu sich selbst zu bringen. Die Sküderie vollendete, was der Arzt begonnen, indem sie manchen milden Hoffnungsstrahl leuchten ließ in des Mädchens Seele, bis ein heftiger Tränenstrom, der ihr aus den Augen stürzte, ihr Luft machte. Sie vermochte, indem nur dann und wann die Übermacht des durchbohrendsten Schmerzes die Worte in tiefem Schluchzen erstickte, zu erzählen, wie sich alles begeben. Um Mitternacht war sie durch leises Klopfen an ihrer Stubentüre geweckt worden und hatte Oliviers Stimme vernommen, der sie beschworen, doch nur gleich aufzustehen, weil der Vater im Sterben liege. Entsetzt sei sie aufgesprungen und habe die Tür geöffnet. Olivier, bleich und entstellt von Schweiß triefend, sei, das Licht in der Hand mit wankenden Schritten nach der Werkstatt gegangen, sie ihm gefolgt. Da habe der Vater gelegen mit starren Augen und geröchelt im Todeskampfe. Jammernd habe sie sich auf ihn gestürzt und nun erst sein blutiges Hemde bemerkt. Olivier habe sie sanft weggezogen und sich dann bemüht, eine Wunde auf der linken Brust des Vaters mit Wundbalsam zu waschen und zu verbinden. Währenddessen sei des Vaters Besinnung zurückgekehrt, er habe zu röcheln aufgehört und sie, dann aber Olivier mit seelenvollem Blick angeschaut, ihre Hand ergriffen, sie in Oliviers Hand gelegt und beide heftig gedrückt. Beide, Olivier und sie wären bei dem Lager des Vaters auf die Knie gefallen. Er habe sich mit einem schneidenden Laut in die Höhe gerichtet, sei aber gleich wieder zurückgesunken und mit einem tiefen Seufzer verschieden. Nun hätten sie beide laut gejammert und geklagt. Olivier habe erzählt, wie der Meister auf einem Gange, den er mit ihm auf sein Geheiß in der Nacht habe machen müssen, in seiner Gegenwart ermordet worden und wie er mit der größten Anstrengung den schweren Mann, den er nicht auf den Tod verwundet gehalten, nach Hause getragen. So wie der Morgen angebrochen wären die Hausleute, denen das Gepolter, das laute Weinen und Jammern in der Nacht aufgefallen, heraufgekommen und hätten sie noch ganz trostlos bei der Leiche des Vaters kniend gefunden. Nun sei Lärm entstanden, die Marchaussee eingedrungen und Olivier als Mörder seines Meisters ins Gefängnis geschleppt worden. Madeleine fügte nun die rührendste Schilderung von der Tugend, der Frömmigkeit, der Treue ihres geliebten Oliviers hinzu. Wie er den Meister, als sei er sein eigener Vater hoch in Ehren gehalten, wie dieser seine Liebe in vollem Maß erwidert, wie er ihn trotz seiner Armut zum Eidam erkoren, weil seine Geschicklichkeit, seine Treue, seinem edlen Gemüt gleichgekommen. Das alles erzählte Meiland aus dem innersten Herzen heraus und schloss damit, dass, wenn Olivier in ihrem Beisein dem Vater den Dolch in die Brust gestoßen hätte, sie dies eher für ein Blendwerk des Satans halten, als daran glauben würde, dass Olivier eines solchen entsetzlichen grauenvollen Verbrechens fähig sein von Madelons namenlosen Leiden auf das tiefste gerührt und ganz geneigt den armen Olivier für unschuldig zu halten, zog Erkundigungen ein und fand alles bestätigt, was Madelon über das häusliche Verhältnis des Meisters mit seinem Gesellen erzählt hatte. Die Hausleute, die Nachbarn rühmten einstimmig den Olivier als das Muster eines sittigen, frommen, treuen, fleißigen Betragens. Niemand wusste Böses von ihm. Und doch war von der grässlichen Tat die Rede, zuckte jeder die Achseln und meinte, darin liege etwas Unbegreifliches. Olivier vor die Chambre ordente gestellt, leugnete, wie die Skuderie vernahm mit der größten Standhaftigkeit, mit dem hellsten Freimut, die ihm angeschuldete Tat und behauptete, dass sein Meister in seiner Gegenwart auf der Straße angefallen und niedergestochen worden, dass er ihn aber noch lebend nach Hause geschleppt, wo er sehr bald verschieden sei. Auch dies stimmte also mit Madeleines Erzählung überein. Immer und immer wieder ließ sich die Skuderie die kleinsten Umstände des schrecklichen Ereignisses wiederholen. Sie forschte genau, ob jemals ein Streit zwischen Meister und Gesellen vorgefallen, ob vielleicht Olivier nicht ganz frei von jenem Jähzorn sei, der oft wie ein blinder Wahnsinn die gutmütigsten Menschen überfällt und zu Taten verleitet, die alle Willkür des Handelns auszuschließen scheinen. Doch je begeisterter Madeleine von dem ruhigen häuslichen Glück sprach, in dem die drei Menschen in innigster Liebe verbunden lebten, desto mehr verschwand jeder Schatten des Verdachts wieder den auf den Tod angeklagten Olivier. Genau alles prüfend, davon ausgehend, dass Olivier unerachtet alles dessen, was laut für seine Unschuld spräche, dennoch Kardiaks Mörder gewesen, fand die Sküderie im Reich der Möglichkeit keinen Beweggrund zu der entsetzlichen Tat, die in jedem Fall Oliviers Glück zerstören musste. Er ist arm, aber geschickt. Es gelingt ihm die Zuneigung des berühmtesten Meisters zu gewinnen. Er liebt die Tochter, der Meiste begünstigt seine Liebe, Glück, Wohlstand für sein ganzes Leben wird ihm erschlossen. Sei es aber nun, dass Olivier vom Zorn übermannt, seinen Wohltäter, seinen Vater mörderisch anfiel, welche teuflische Heuchlerei gehört dazu, nach der Tat sich so zu betragen, als es wirklich geschah? Mit der festen Überzeugung von Oliviers Unschuld fasste die Sküderie den Entschluss, den unschuldigen Jüngling zu retten, koste es, was es wolle. Es schien ihr, ehe sie die Huld des Königs selbst vielleicht anrufe, am geratensten, sich an den Präsidenten La Reunier zu wenden, ihn auf alle Umstände, die für Oliviers Unschuld sprechen mussten, aufmerksam zu machen und so vielleicht in des Präsidenten Seele eine andere, dem Angeklagten günstige Überzeugung zu erwecken, die sich wohltätig den Richtern mitteilen sollte. La Reunier empfing die Sküderie mit der hohen Achtung, auf die die würdige Dame, von dem Könige selbst hochgeehrt gerechten Anspruch machen konnte. Er hörte ruhig alles an, was sie über die entsetzliche Tat, über Oliviers Verhältnisse, über seinen Charakter vorbrachte. Ein feines, beinahe hämisches Lächeln war indessen alles, womit er bewies, dass die Beteuerungen, die von häufigen Tränen begleiteten Ermahnungen, wie jeder Richter nicht den Feind des Angeklagten seien, sondern auch auf alles achten müsse, was zu seinen Gunsten spräche, nicht an gänzlich tauben Ohren vorüberglitten. Als das Fräulein nun endlich ganz erschöpft, die Tränen von den von den Augen weg trocknend schwieg, fing Larrenier an. Es ist ganz eures vortrefflichen Herzens würdig, mein Fräulein, dass ihr, gerührt von den Tränen eines jungen, verliebten Mädchens, alles glaubt, was ihr vorbringt, ja, dass ihr nicht fähig seid, den Gedanken einer entsetzlichen Untat zu fassen. Aber anders ist es mit dem Richter, der gewohnt ist, frecher Heuchelei die Larve abzureißen. Wohl mag es nicht meines Amtes sein, jedem, der mich fragt, den Gang eines Kriminalprozesses zu entwickeln. Fräulein, ich tue meine Pflicht, wenig kümmert mich das Urteil der Welt. Zittern sollen die Bösewichte vor der Chambre ardente, die keine Strafe kennt als Blut und Feuer. Aber vor euch, mein würdiges Fräulein, möchte ich nicht für ein Ungeheuer gehalten werden an Härte und Grausamkeit. Darum vergönnt mir, dass ich euch mit wenigen Worten die Blutschuld des jungen Bösewichts, der, dem Himmel sei es gedankt, der Rache verfallen ist, klar vor Augen lege. Euer scharfsinniger Geist wird dann selbst die Gutmütigkeit verschmähen, die euch Ehre macht, mir aber gar nicht anstehen würde. Am Morgen wird René Cardiac durch einen Dolchstoß ermordet gefunden. Niemand ist bei ihm, als sein Geselle Olivier Brusson und die Tochter. In Oliviers Kammer unter anderem findet man einen Dolch von frischem Blute gefärbt, der genau in die Wunde passt. Cardiac ist, spricht Olivier in der Nacht vor meinen Augen niedergestoßen worden. Man wollte ihn berauben? Das weiß ich nicht. Du gingst mit ihm und es war dir nicht möglich, den Mörder zu wehren, ihn festzuhalten, um Hilfe zu rufen? 15, wohl 20 Schritte vor mir ging der Meister. Ich folgte ihm. Warum in aller Welt so entfernt? Der Meister wollte es so. Was hatte überhaupt Meister Cardiac so spät auf der Straße zu tun? Das kann ich nicht sagen. Sonst ist er aber doch niemals nach neun Uhr abends aus dem Hause gekommen? Hier stockt Olivier, er ist bestürzt, er seufzt, er vergießt Tränen, er beteuert bei allem, was heiligt, Cardiac wirklich in jener Nacht ausgegangen sei und seinen Tod gefunden habe. Nun aber merkt wohl auf, mein Fräulein, erwiesen ist es bis zur vollkommensten Gewissheit, dass Cardiac in jener Nacht das Haus nicht verließ. Mithin ist Olivier's Behauptung, er sei mit ihm wirklich ausgegangen, eine freche Lüge. Die Haustüre ist mit einem schweren Schloss versehen, welches bei dem Auf- und Zuschließen ein durchdringendes Geräusch macht. Dann aber bewegt sich der Türflügel widrig knarrend und heulend in den Angeln, sodass, wie es angestellte Versuche bewährt haben, selbst im obersten Stock des Hauses das getöse Widerhalt. Nun wohnt in dem untersten Stock, also dicht neben der Haustüre der alte Meister Claude Patrü mit seiner Aufwärterin. Eine Person von beinahe 80 Jahren, aber noch munter und rührig. Diese beiden Personen hörten, wie Kardiak nach seiner gewöhnlichen Weise an jenem Abend Punkt 9 die Treppe hinab kam, die Türe mit vielem Geräusch verschloss und verrammelte, dann wieder hinaufstieg, den Abendsegen laut las und dann, wie man es an dem Zuschlagen der Türe vernehmen konnte, in sein Schlafzimmer ging. Meister Claude leidet an Schlaflosigkeit, wie es alten Leuten wohl zu gehen pflegt. Auch in jener Nacht konnte er kein Auge zutun. Die Aufwärterin schlug daher, es mochte halb zehn Uhr sein, in der Küche, in die sie über den Hausflur gehend gelang Licht an und setzte sich zum Meister Claude an den Tisch mit einer alten Chronik, in der sie las, während der Alte, seinen Gedanken nachhängend bald sich in den Lehnstuhl setzte, bald wieder aufstand und, um Müdigkeit und Schlaf zu gewinnen, im Zimmer leise und langsam Auf- und Abschritt. Es blieb alles still und ruhig bis nach Mitternacht. Da hörte sie über sich scharfe Tritte, einen harten Fall, als stürze eine schwere Last zu Boden und gleich darauf ein dumpfes Stöhnen. In beide kam eine seltsame Angst und Beklommenheit. Die Schauer der entsetzlichen Tat, die eben begangen, gingen bei ihnen vorüber. Mit dem hellen Morgen dann trat ans Licht, was in der Finsternis begonnen. Aber fiel heiligen Willen könnt ihr bei allen Umständen, die ich erst weitläufig erzählte, euch den irgendeinen Anlass zu dieser Tat der Hölle denken. Hm, erwiderte Larognier, Cardiac war nicht arm, im Besitz vor trefflicher Steine. Bekam, fuhr die Skuderie fort, bekam denn nicht alles die Tochter. Ihr vergesst, dass Olivier Cardiacs Schwiegersohn werden sollte. Er musste vielleicht teilen, oder gar nur für andere Morden, sprach Larognier. Teilen? Für andere Morden? fragte die Skuderie in vollem Erstaunen. Wisst, fuhr der Präsident fort, wisst, mein Fräulein, dass Olivier schon längst geblutet hätte auf dem Gräfplatz, stünde seine Tat nicht in Beziehung mit dem dicht verschleierten Geheimnis, das bisher so bedrohlich über ganz Paris wartet. Olivier gehört offenbar zu jener verruchten Bande, die, die alle Aufmerksamkeit, alle Mühe, alles forschen der Gerichtshöfe verspottend, ihre Streiche sicher und ungestraft zu führen wusste. Durch ihn wird, muss alles klar werden. Die Wunde Kardiax ist denen ganz ähnlich, die alle auf der Straße in den Häusern ermordete und beraubte trugen. Dann aber das Entscheidendste. Seit der Zeit, dass Olivier Brüsson verhaftet ist, haben alle Mordtaten, alle Beraubungen aufgehört. Sicher sind die Straßen zur Nachtzeit wie am Tage. Beweis genug, dass Olivier vielleicht an der Spitze jener Mordbande stand. Noch will er nicht bekennen, aber es gibt Mittel, ihn sprechen zu machen, wieder rief die Sküderie und Madeleine, die treue, unschuldige Taube. Ei, sprach La Rönie mit einem giftigen Lächeln, ei, wer steht mir dafür, dass sie nicht mit ihm im Komplott ist. Was ist ihr an dem Vater gelegen? Nur dem Mordbuben gelten ihre Tränen. Was sagt ihr, schrie die Sküderie, es ist nicht möglich, den Vater, dieses Mädchen. Oh, fuhr La Rönie fort, oh, denkt doch nur an die Brunvilliers? Ihr möget es mir verzeihen, wenn ich mich vielleicht bald genötigt sehe, euch euren Schützling zu entreißen und in die Konzierscherie werfen zu lassen. Das Sküderie ging ein Grausen an bei diesem entsetzlichen Verdacht. Es war ihr, als könne vor diesem schrecklichen Manne keine Treue, keine Tugend bestehen, als spähe er in den tiefsten geheimsten Gedanken Mord und Blutschuld. Sie stand auf. Seid menschlich, das war alles, was sie beklommen, mühsam, atmend hervorbringen konnte. Schon im Begriff, die Treppe hinabzusteigen, bis zu der der Präsident sie mit zeremoniöser Artigkeit begleitet hatte, kam ihr, selbst wusste sie nicht wie, ein seltsamer Gedanke. Wird es mir wohl erlaubt sein, den unglücklichen Olivier Bresson zu sehen? So fragte sie den Präsidenten, sich rasch umwendend. Dieser schaute sie mit bedenklicher Miene an, dann verzog sich sein Gesicht in jenes widrige Lächeln, das ihm eigen. Gewiss, sprach er, gewiss wollt ihr nun, mein würdiges Fräulein, eurem Gefühl der inneren Stimme mehr vertrauend, als dem, was vor unseren Augen geschehen, selbst Oliviers Schuld oder Unschuld prüfen. Scheut ihr nicht den düstern Aufenthalt des Verbrechens? Ist es euch nicht gehässig, die Bilder der Verworfenheit in allen Abstufungen zu sehen? So sollen für euch in zwei Stunden die Tore der Konzierscherie offen sein. Man wird euch diesen Olivier, dessen Schicksal eure Teilnahme erregt, vorstellen. In der Tat konnte sich die Sküderie von der Unschuld des jungen Menschen nicht überzeugen. Alles sprach wieder ihn. Ja, kein Richter in der Welt hätte anders gehandelt wie La Ruegnie bei solch entscheidenden Tatsachen. Aber das Bild häuslichen Glücks, wie es Madelon mit den lebendigsten Zügen der Sküderie vor Augen gestellt, überstrahlte jeden bösen Verdacht. Und so mochte sie lieber ein unerklärliches Geheimnis annehmen, als daran glauben, wogegen ihr ganzes Inneres sich empörte. Sie gedachte, sich von Olivier noch einmal alles, wie es sich in jener verhängnisvollen Nacht begeben, erzählen zu lassen und, so viel möglich, in ein Geheimnis zu dringen, das vielleicht den Richtern verschlossen geblieben, weil es wertlos schien, sich weiter darum zu bekümmern. In der Conciergerie angekommen, führte man die Sküderie in ein großes, helles Gemach. Nicht lange darauf vernahm sie Kettengerassel. Olivier Brusson wurde gebracht. Doch so wie er in die Türe trat, sank die Sküderie ohnmächtig nieder. Als sie sich erholt hatte, war Olivier verschwunden. Sie verlangte mit Heftigkeit, dass man sie nach dem Wagen bringe. Fort, augenblicklich fort, wolle sie aus den Gemächern der frevelnden Verruchtheit. Ach, auf den ersten Blick hatte sie in Olivier Brusson den jungen Menschen erkannt, der auf dem Pont Neuf jenes Blatt ihr in den Wagen geworfen, der ihr das Kästchen mit den Juwelen gebracht hatte. Nun war ja jeder Zweifel gehoben, Laurignies schreckliche Vermutung ganz bestätigt. Olivier Brusson gehört zu der fürchterlichen Mordbande. Gewiss ermordete er auch den Meister. Und Madeleine? So bitter noch nie vom inneren Gefühl getäuscht, auf den Tod angepackt von der höllischen Macht auf Erden, an deren Dasein sie nicht geglaubt, verzweifelte die Sküderie an aller Wahrheit. Sie gab Raum dem entsetzlichen Verdacht, dass Madeleine mitverschworen sei und teilhaben könne an der grässlichen Blutschuld. Wie es denn geschieht, dass der menschliche Geist ist ihm ein Bild aufgegangen, emsig Farben sucht und findet es greller und greller auszumalen, so fand auch die Sküderie, jeden Umstand der Tat, Madeleines betragen in den kleinsten Zügen erwägend, gar vieles, jenen Verdacht zu nähren. So wurde manches, was ihr bisher als Beweis der Unschuld und Reinheit gegolten? Sicheres Merkmal frewilliger Bosheit studierter Heuchelei. Jener herzzerreißende Jammer, die blutigen Tränen konnten wohl erpresst sein, von der Todesangst nicht den geliebten Bluten zu sehen, nein, selbst zu fallen unter der Hand des Henkers. Gleich sich die Schlange, die sie im Busen nähere vom Halse zu schaffen, mit diesem Entschluss stieg die Sküderie aus dem Wagen. In ihr Gemach eingetreten, warf Madeleine sich ihr zu Füßen. Die Himmelsaugen, ein Engel Gottes hat sie nicht treuer, zu ihr emporgerichtet, die Hände vor der wallenden Brust zusammengefaltet, jammerte und flehte sie laut um Hilfe und Trost. Die Sküderie sich mühsam zusammenfassend sprach, indem sie dem Ton ihrer Stimme so viel Ernst und Ruhe zu geben suchte, als ihr möglich. Geh, geh, tröste dich nur über den Mörder, den die gerechte Strafe seiner Schandtaten erwartet. Die heilige Jungfrau möge verhüten, dass nicht auf dir selbst eine Blutschuld schwer erlaste. Ach, nun ist alles verloren. Mit diesem gellenden Ausruf stürzte Madeleine ohnmächtig zu Boden. Die Sküderie überließ die Sorge um das Mädchen der Martinier und entfernte sich in ein anderes Gemach. Ganz zerrissen im Innern, entzweit mit allem irdischen wünschte die Sküderie nicht mehr in einer Welt voll höllischen Trugs zu leben. Sie klagte das Verhängnis an, das in bitterm Hohn ihr so viele Jahre vergönnt, ihren Glauben an Tugend und Treue zu stärken und nun in ihrem Alter das schöne Bild vernichte, welches ihr im Leben geleuchtet. Sie vernahm, wie die Martinier Madeleine fortbrachte, die leise seufzte und jammerte. Ach, auch sie, auch sie haben die Grausamen betürt, ich elende, armer, unglücklicher Olivier. Die Töne drängen der Sküderie ins Herz und aufs Neue regte sich aus dem tiefsten Innern heraus die Ahnung eines Geheimnisses, der Glaube an Oliviers Unschuld. Bedrängt von den widersprechendsten Gefühlen, ganz außer sich rief die Sküderie, welcher Geist der Hölle hat mich in die entsetzliche Geschichte verwickelt, die mir das Leben kosten wird? In dem Augenblick trat Baptiste hinein. Bleich und erschrocken mit der Nachricht, dass die Grä draußen sei. Seit dem abscheulichen Prozess der La Voisson war die Grä Erscheinung in einem Hause, der gewisse Vorbote irgendeiner peinlichen Anklage. Daher kam Baptists Schreck. Deshalb fragte ihn das Fräulein mit mildem Lächeln, was ist ihr Der Name Scudery befand sich auf der Liste der La Voisson. Um Christus Willen erwiderte Baptiste am ganzen Leibe zitternd. Wie möget ihr nur so etwas aussprechen? Aber der Grä, der entsetzliche der Grä tut so geheimnisvoll, so dringend, er scheint es gar nicht erwarten zu können, euch zu sehen. Nun, sprach die Skudery, nun, Baptists, so führt ihn nur gleich herein, den Menschen, der euch so fürchterlich ist und der mir wenigstens keine Besorgnis erregen kann. Der Präsident, sprach de Grès, als er ins Gemach getreten, der Präsident La Rognie schickt mich zu euch, mein Fräulein, mit einer Bitte, auf deren Erfüllung er gar nicht hoffen würde, kennt er nicht eure Tugend, euren Mut, läge nicht das letzte Mittel, eine böse Blutschuld an den Tag zu bringen, in euren Händen, hättet ihr nicht selbst schon teilgenommen an dem bösen Prozess, der die Chambre ardente uns alle in Atem hält. Olivier Brusson, seitdem er euch gesehen hat, ist halb rasend. So sehr er schon zum Bekenntnis sich zu neigen schien, so schwört er doch jetzt aufs Neue bei Christus und allen Heiligen, dass er an dem Morde Kardiax ganz unschuldig sei, wie wohl er den Tod gern leiden wolle, den er verdient habe. Bemerkt bemerkt, mein Fräulein, dass der letzte Zusatz offenbar auf andere Verbrechen deutet, die auf ihm lasten. Doch vergebens ist alle Mühe, nur ein Wort weiter heraus zu bringen. Selbst die Drohung mit der Tortur hat nichts gefruchtet. Er fleht, er beschwört uns, ihm eine Unterredung mit euch zu verschaffen. Euch, nur euch allein will er alles gestehen. Lasst euch herab, mein Fräulein, Brüssons Bekenntnis zu hören. Wie? rief die Sküderie ganz entrüstet. Soll ich dem Blutgericht zum Organ dienen? Soll ich das Vertrauen des unglücklichen Menschen missbrauchen, ihn aufs Blutgerüst zu bringen? Nein, Dekret, mag Brüsson auch ein verruchter Mörder sein. Nie wäre es mir doch möglich, ihn so spitzbübisch zu hintergehen. Nichts mag ich von seinen Geheimnissen erfahren, die wie eine heilige Beichte in meiner Brust verschlossen bleiben würden. Vielleicht, versetzte Dekret mit einem feinen Lächeln, vielleicht, mein Fräulein, ändert sich eure Gesinnung, wenn ihr Brüssons gehört habt. Batet ihr den Präsidenten nicht selbst, er sollte menschlich sein? Er tut es, indem er dem törichten Verlangen Brüssons nachgibt. Und so das letzte Mittel versucht, ehe er die Tortur verhängt, zu der Brüsson längst reif ist. Die Scuderie schrak unwillkürlich zusammen. Seht, fuhr Dekret fort, seht, würdige Dame, man wird euch keineswegs zumuten, noch einmal in jene finstere Gemächer zu treten, die euch mit Grausen und Abscheu erfüllen. In der Stille der Nacht, ohne alles aufsehen, bringt man Olivier Brüsson wie einen freien Menschen zu euch in euer Haus. Nicht einmal belauscht, doch wohl bewacht, mag er euch dann zwanglos alles bekennen. Dass ihr für euch selbst nichts von dem Elenden zu fürchten habt, dafür stehe ich euch mit meinem Leben ein. Er spricht von euch mit inbrünstiger Verehrung. Er schwört, dass nur das düstere Verhängnis, welches ihm verwehrt war, euch früher zu sehen, ihn in den Tod gestürzt. Und dann steht es ja bei euch von dem, was euch Brüssant entdeckt, so viel zu sagen, als euch beliebt. Kann man euch zu mehreren zwingen? Die Sküderie sah tiefsinnend vor sich hin. Es war ihr, als müsse sie der höheren Macht gehorchen, die den Aufschluss irgendeines entsetzlichen Geheimnisses von ihr verlange, als könne sie sich nicht mehr den wunderbaren Verschlingungen entziehen, in die sie willenlos geraten. Plötzlich entschlossen sprach sie mit Würde. Gott wird mir Fassung und Standhaftigkeit geben. Führt den Brüssant her, ich will ihn sprechen. So wie damals, als Brüssant das Kästchen brachte, wurde um Mitternacht an die Haustüre der Sküderie gepocht. Baptiste, von dem nächtlichen Besuch unterrichtet, öffnete. Eiskalter Schauer überlief die Sküderie, als sie an den leisen Tritten, an dem dumpfen Gemurmel wahrnahm, dass die Wächter, die den Brüssant gebracht, sich in den Gängen des Hauses verteilten. Endlich ging leise die Türe des Gemachs auf. In die Grä trat herein hinter ihm Olivier Brüssant fesselfrei in anständigen Kleidern. Hier ist, sprach de Grä sich ehrerbietig verneigend, hier ist Brüssant, mein würdiges Fräulein, und verließ das Zimmer. Brüssant sank vor der Sküderie nieder auf beide Knie, flehend erhob er die gefalteten Hände, indem häufige Tränen ihm aus den Augen rannen. Die Sküderie schaute erblasst, keines Wortes mächtig auf ihn herab. Selbst bei den entstellten, ja durch Kram, durch grimmigen Schmerz verzerrten Zügen strahlte der reine Ausdruck des treuesten Gemüts aus dem Jünglings Antlitz. Je länger die Sküderie ihre Augen auf Brüssants Gesicht ruhen ließ, desto lebhafter trat die Erinnerung an irgendeine geliebte Person hervor, auf die sie sich nur nicht deutlich zu besinnen vermochte. Alle Schauer wichen von ihr. Sie vergaß das Kardiax Mörder vor ihr Knie. Sie sprach mit dem anmutigen Tone des ruhigen Wohlwollens der ihr Eigen. Nun, Brüssant, was habt ihr mehr zu sagen? Dieser, noch immer kniend, seufzte auf vor tiefer inbrünstiger Wehmut und sprach dann, O mein würdiges, mein hochverehrtes Fräulein, ist denn jede Spur der Erinnerung an mich verflogen? Die Sküderie ihn noch aufmerksamer betrachtend erwiderte, dass sie allerdings in seinen Zügen die Ähnlichkeit mit einer von ihr geliebten Person gefunden und dass er nur dieser Ähnlichkeit es verdanke, wenn sie den tiefen Abscheu vor dem Mörder überwinde und ihn ruhig anhöre. Brisson schwer verletzt durch diese Worte erhob sich schnell und trat den finstern Blick zu Boden gesenkt einen Schritt zurück. Dann sprach er mit dumpfer Stimme »Habt habt ihr den Angio ganz vergessen? Ihr Sohn Olivier der Knabe den ihr oft auf euren Knien schaukeltet ist es der vor euch steht. Um allerheiligen Willen rief die Sküderie indem sie mit beiden Händen das Gesicht bedeckend in die Polster zurück sank. Das Fräulein hatte wohl Ursache genug sich auf diese Weise zu entsetzen. Angio die Tochter eines verarmten Bürgers war von klein auf bei der Sküderie die sie wie die Mutter das liebe Kind erzog mit aller Treue und Sorgfalt. Als sie nun herangewachsen fand sich ein hübscher sittiger Jüngling Claude Brisson geheißen ein der um das Mädchen warb. Da er nun ein grundgeschickter Uhrmacher war der sein reichliches Brot in Paris finden musste an ihn auch herzlich lieb gewonnen hatte so trug die Sküderie gar kein Bedenken in die Heirat ihrer Pflegetochter zu willigen. Die jungen Leute richteten sich ein lebten in stiller glücklicher Häuslichkeit und was den Liebesbund noch fester knüpfte war die Geburt eines wunderschönen Knaben der Holdenmutter treues Ebenbild. Einen Abgott machte die Sküderie aus dem kleinen Olivier den sie stunden tagelang der Mutter entriss um ihn zu liebkosen zu hetschen. Daher kam es dass der Junge sich ganz an sie gewöhnte und ebenso gern bei ihr war als bei der Mutter. Drei Jahre waren vorüber, vorüber, als der Brot Neid der Kunstgenossen Brüssons es dahin brachte, dass seine Arbeit mit jedem Tage abnahm, sodass er zuletzt kaum sich kümmerlich ernähren konnte. Dazu kam die Sehnsucht nach seinem schönen heimatlichen Genf und so geschah es, dass die kleine Familie dorthin zog, des Widerstrebens der Sküderie, die alle nur mögliche Unterstützung versprach, unerachtet. Noch ein paar Mal schrieb Anne an ihre Pflegemutter, dann schwieg sie. Und diese musste glauben, dass das glückliche Leben in Brüssons Heimat, das Andenken an die früher verlebten Tage, nicht mehr aufkommen lasse. Es waren jetzt gerade 23 Jahre her, als Brüsson mit seinem Weibe und Kinder Paris verlassen und nach Genf gezogen. Oh, entsetzlich, rief die Sküderie, als sie sich einigermaßen wieder erholt hatte. Oh, entsetzlich, Olivier, bist du, der Sohn meiner Anne? Und jetzt? Wohl, versetzte Olivier ruhig und gefasst, wohl, mein würdiges Fräulein, hättet ihr nimmermehr ahnen können, dass der Knabe, dem ihr, wie die zärtlichste Mutter hätscheltet, dem ihr, auf eurem Schoß ihn schaukelnd, Näscherei auf Näscherei in den Mund stecktet, dem ihr die süßesten Namen gabt, zum Jünglinge gereift, der einst vor euch stehen würde, grässlicher Blutschuld angeklagt. Ich bin nicht vorwurfsfrei, die Chambre Ardonte kann mich mit Recht eines Verbrechens zeihen, aber so wahr ich selig zu sterben hoffe, sei es auch durch des Henkers Hand, rein bin ich von jeder Blutschuld, nicht durch mich, nicht durch mein Verschulden fiel der unglückliche Kardiak. Olivier geritt bei diesen Worten in ein Zittern und Schwanken. Stillschweigend wies die Sküderie auf einen kleinen Sessel, der Olivier zur Seite stand, er ließ sich langsam nieder. Ich hatte Zeit genug, fing er an, mich auf die Unterredung mit euch, die ich als die letzte Gunst des versöhnten Himmels betrachte, vorzubereiten und so viel Ruhe und Fassung zu gewinnen, als nötig, euch die Geschichte meines entsetzlichen, unerhörten Missgeschicks zu erzählen. Er zeigt mir die Barmherzigkeit, mich ruhig anzuhören, so sehr euch auch die Entdeckung eines Geheimnisses, das ihr gewiss nicht ahnet, überraschen, ja, mit Grausen erfüllen mag. Hätte mein armer Vater Paris doch niemals verlassen. So weit meine Erinnerung an Genf reicht, finde ich mich wieder von den trostlosen Eltern mit Tränen benetzt, von ihren Klagen, die ich nicht verstand, selbst zu Tränen gebracht. Später kam mir das deutliche Gefühl, das volle Bewusstsein des drückendsten Mangels, des tiefen Elends, in dem meine Eltern lebten. Mein Vater fand sich in allen seinen Hoffnungen getäuscht. Von tiefem Gram niedergebeugt, erdrückt, starb er in dem Augenblick, als es ihm gelungen war, mich bei einem Goldschmied als Lehrjunge unterzubringen. Meine Mutter sprach viel von euch. Sie wollte euch alles beklagen, aber dann überfiel sie die Mutlosigkeit, welche vom Elend erzeugt wird. Das und auch wohl falsche Scham, die oft an dem todwunden Gemüte nagt, hielt sie von ihrem Entschluss zurück. Wenige Monde nach dem Tode meines Vaters folgte ihm meine Mutter ins Grab. Arme an, Arme an, rief die Sküderie von Schmerz überwältigt. Dank und Preis der ewigen Macht des Himmels, dass sie hinüber ist und nicht fallen sieht den geliebten Sohn unter der Hand des Henkers, mit Schande gebrannt Markt. So schrie Olivier laut auf, indem er einen wilden entsetzlichen Blick in die Höhe warf. Es wurde draußen unruhig, man ging hin und her. Ho, ho, sprach Olivier mit einem bitteren Lächeln, der Grä weckt seine Spießgesellen, ob ich hier entfliehen könnte. Doch weiter, ich wurde von meinem Meister hart gehalten, unerachtet ich bald am besten arbeitete, ja wohl endlich den Meister weit übertraf. Es begab sich, dass einst ein Fremder in unsere Werkstatt kam, um einiges Geschmeide zu kaufen. Als der nun einen schönen Halsschmuck sah, den ich gearbeitet, klopfte er mir mit freundlicher Miene auf die Schultern, indem er den Schmuck beäugelnd sprach, ei, ei, mein junger Freund, das ist ja ganz vortreffliche Arbeit. Ich wüsste in der Tat nicht, wer euch noch anders übertreffen sollte als René Kardiak, der freilich der erste Goldschmied ist, den es auf der Welt gibt. Zudem solltet ihr hingehen. Mit Freuden nimmt er euch in seine Werkstatt, denn nur ihr könnt ihm beistehen in seiner kunstvollen Arbeit. Und nur von ihm allein könnt ihr dagegen noch lernen. Die Worte des Fremden waren tief in meine Seele gefallen. Ich hatte keine Ruhe mehr in Genf, mich zog es fort mit Gewalt. Vorleser Nett Leidenschaft Literatur 10 20 21 20